Hallo ihr Freunde der Schuppentier und aller sonstigen Exoten. Ich bin René und ihr schaut Terrasse Pentis. Heute soll es mal um das Thema Boa Constricta Constricta bzw. Boa Constricta X gehen. Also X steht in dem Fall für Unterart oder andere Unterarten. Ich will euch heute mal ein bisschen was erzählen zu dem Thema Konstriktoren, so ein bisschen in Abgrenzung zu den Imperatoren, die wir ja in den anderen Basic Videos kennengelernt haben. Aber keine Angst, das ist noch nicht abgeschlossen das Thema, da kommt noch einiges. Ich wollte euch heute nur mal eine Einführungsfolge dazu machen, um einfach mal auf die großen Unterschiede einzugehen. Einfach weil ich die Konstriktoren bisher immer vernachlässigt habe, so ein bisschen was unterscheidet Imperator von Constrictor und was gibt es da noch. Denn die Bezeichnung ist sehr wichtig, das wird sehr 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 häufig falsch gemacht. Da will ich euch heute mal ein bisschen was erzählen. Das Thema Boa Constricta ist ein sehr komplexes Problem. Das Thema muss man sagen, da grasieren im Moment auch sehr viele unglaublich falsche Bezeichnungen. Letztens gelesen, Boa Imperator ist natürlich völliger Quatsch, gibt es so in der Form nicht. Da will ich aber gleich nochmal ganz ausgiebig drauf eingehen. Ist natürlich auch so eine Sache, dass das Themenfeld relativ kompliziert ist. Im Wesentlichen bekannt sind die Imperatoren, dann gibt es eben noch die Konstriktoren. So wird das grob im Sprachgebrauch eingegliedert bzw. unterschieden. Da schleichen sich natürlich einige Fehler ein und im Sprachgebrauch nimmt man viele Dinge auch mal mit. Da unterscheidet man nicht so genau zwischen Art und zwischen Unterart, zwischen Lokalform, zwischen Variante. Da grasieren Begriffe wie Reinrassigkeit und da muss man definitiv einmal das Ganze mal sauber definieren, auseinanderhalten, erklären. Damit man auch genau weiß, worüber wir hier eigentlich reden. Das würde ich auch machen. Das ist hoffentlich nicht allzu langweilig. Deswegen würde ich uns auch mal ein paar Tiere zeigen, damit ihr nicht komplett eingeschläfert werdet. Aber es ist nochmal sehr wichtig, dass man das einfach mal ganz sauber auseinanderhält. Hier habe ich euch quasi zum Einstieg mal eine Boa Constricta Occidentalis mitgebracht. Das ist jetzt hier in dem Fall ein 2019er Tier. Die 20-18er Tiere kennt ihr ja schon. Ich habe ja nochmal zwei Kollegen von 2019 bekommen. Boa Constricta Occidentalis ist wiederum eine Unterart von Boa Constricta. Der Art Boa Constricta, was das genau heißt, das werden wir gleich noch sehen. Ist also eine eigenständige Unterart und nimmt quasi auch eine Sonderstellung innerhalb der Boa Constricta ein, wenn man so will. Weil es eine WA1-Art ist. Das heißt, sie steht unter einem höheren Artenschutz als andere Boa Constricta. Sowohl Boa Constricta Constricta als auch Boa Constricta Imperator oder andere Constrictoren bzw. andere Unterarten. Das werden wir aber gleich noch sehen. Nur, dass man das einfach mal gesehen hat, das ist halt eins von denen mit einem anderen Schutzstatus. Und deswegen nimmt sie auch, wie wir das sehen werden, am Ende noch bei dem Thema Meldepflichten, Dokumentationspflichten eine Sonderstellung ein. Ansonsten, wenn wir jetzt hier die Occidentalis mal ausnehmen, dann gilt das, was ich jetzt hier im Folgenden sagen werde, mehr oder weniger für den gesamten restlichen Bereich, weil das alles Anhang B-Arten sind bzw. WA2-Arten. Ja, hier habe ich euch mal einen anderen Constricta mitgebracht, Boa Constricta Constricta Peru. Genau genommen ist das eine Iquitos-Variante. Da werde ich aber gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Erstmal muss man sich natürlich klar machen, wenn wir über Boa Constricta reden, worüber reden wir eigentlich? Boa Constricta selbst ist grundsätzlich erstmal eine Art. Die Gattung heißt Boa, wer das Buch von Bonny kennt, der wird das auch genauer wissen. Darunter, unter die Gattung Boa, fällt dann die Art Boa Constricta und darunter wiederum fallen dann Unterarten. Der Kumpel hier gehört zu den Boa Constricta Constricta, das ist eine Unterart von Boa Constricta. Eine andere, sehr bekannte, ist eben Boa Constricta Imperator. Die würde euch allen was sagen, über lang oder kurz, kommt man gar nicht drum rum. Sprachgebrauch heißen sie auch Imperatoren. Es gibt aber auch noch andere Unterarten, mehr oder weniger anerkannt. Ganz bekannt wären dann noch die Longicaudas, Boa Constricta Longicauda. Wobei man sagen muss Longicaudas, da ist es ein wenig umstritten. Es gibt einige Experten, die davon ausgehen und das auch glaubhaft machen, dass es sich dabei eigentlich um eine, eigentlich um Boa Constricta Imperator handelt. Eine Variante, beziehungsweise Lokalform davon. Eine weitere, bekannte Unterart ist Boa Constricta Saboge. Auch wieder so eine Sonderstellung, die Saboge oder Saboge Boas, die wurden früher mal zum Imperatorenkomplex gezählt. Aber die Leute, die mit den Tieren zu tun haben, die haben es schon lange vermutet. Heute weiß man das ganz genau, das ist also mittlerweile genetisch bewiesen, dass es sich dabei um eine eigenständige Unterart handelt. Weite Unterarten hatten wir eben gesehen, das war Boa Constricta Occidentalis. Es gibt noch Ottoni, das ist auch nicht ganz unumstritten. Sicher sind aber noch Ameralis, Boa Constricta Amerali. Weitere Unterarten sind Melanogasta, Orofias, Equus und Sigma. Das sind so die bekannten, anerkannten Unterarten, wenn man so will. Und quasi unter diese Unterarten fallen dann mehr oder weniger die Lokalformen. Wir machen im Sprachgebrauch häufig den Fehler, dass wir Unterart sagen, aber Lokalformen meinen. Eine Lokalform zum Beispiel, das wäre jetzt mehr oder weniger ein Beispiel für den Kollegen hier nochmal. Also Boa Constricta Constricta ist quasi die Unterart von diesem Peruaner und die Lokalformen ist eben Peru. Also Boa Constricta Peru, das ist dann quasi die Lokalform. Es gibt auch andere Lokalformen, zum Beispiel Boa Constricta Constricta, also beziehungsweise wird abgekürzt, BCC deswegen auch, ich kürze es hier auch mal ab, ist einfacher, BCC Surinam, BCC Guyana, BCC Trinidad und so weiter und so fort. Das sind Lokalformen der Unterart Boa Constricta Constricta. Quasi parallel vielleicht noch bei den Imperatoren, weil das euch wahrscheinlich mehr sagen wird, Boa Constricta Imperator ist eine Unterart, Boa Constricta, Constricta, nee, Boa Constricta Imperator, jetzt komme ich schon selber durcheinander, Boa Constricta Imperator, Rock Island zum Beispiel, das wären eine Lokalformen. Weitere Lokalformen, die haben wir ja auch schon kennengelernt in anderen Videos, wären die Crawl Keys, die El Salvadors, die Tarahumaras, also alles, was halt im Endeffekt so bekannt ist. Lokalformen bezieht sich darauf, dass die Tiere in einer bestimmten Lokalität vorkommen. Deswegen bezeichnet man die Tiere als Lokalformen. Quasi unter diesem Komplex der Lokalformen, darunter fasst man dann quasi die Varianten zusammen. Wir bleiben mal bei unserem Beispiel hier, also wir fassen nochmal zusammen, Boa Constricta, Constricta Peru, Lokalformen Iquitos. Neben den Iquitos gibt es auch noch die Pucalpas, das sind so die beiden bekannten Varianten, Varianten der Lokalformen Peru, der Unterartboa Constricta, Constricta, der Artboa Constricta, so rum. Also man merkt schon, das ist ein bisschen komplex. Also wie gesagt, der Fairness halber sollte man sagen, das sind die, die in der Terroristik bekannt sind. In der Natur gibt es noch deutlich mehr, wahrscheinlich, wir wissen es nicht, könnte noch x mehr geben, aber die, die in der Terroristik eben bekannt sind, das sind dann eben die entsprechenden Varianten der Lokalformen, beziehungsweise der Unterarten. Von daher ist es ein bisschen tricky. Ihr merkt schon, wie komplex dieses ganze Thema ist, um es noch komplizierter zu machen. Wie gesagt, ihr merkt schon, wie komplex das ganze Thema ist, um die Sache jetzt noch komplizierter zu machen. Es gibt auch noch Linien. Dieses Tier zum Beispiel hier stammt aus der Troma- beziehungsweise KB-Linie, Klaus-Bonnie-Linie. Bei den Linien handelt es sich meistens um die Personen, die die Tiere in die Terroristik gebracht haben oder die die Tiere sehr häufig nachgezüchtet haben, sodass ein spezieller Name mehr oder weniger mit dieser Linie, also mit sämtlichen Tieren, die aus den entsprechenden Importen stammen oder Geschwistertiere sind oder nachverwandt sind oder was auch immer, mehr oder weniger verbunden wird. Das ist nicht unbedingt immer richtig. Also bei dem Tier hier, wie gesagt, Klaus-Bonnie-Linie, beziehungsweise Gerd-Trummer-Linie, obwohl Troma und Bonnie die Tiere selbst eigentlich nicht importiert haben, sondern die wurden bereits in den, das wird so in den 70er Jahren gewesen sein, das ist eine uralte Linie, die damals über einen Italiener mal importiert worden sind. Aber in der Terroristik bekannt geworden sind sie vor allem als Troma- beziehungsweise Bonnie, die beiden sind ja auch befreundet, als sie quasi Tiere bekommen haben und diese Linien dann eben weitergezüchtet haben und quasi für die Verbreitung gesorgt haben, die dafür sorgt, dass wir diese Tiere heute überhaupt noch haben. Von daher spricht man dann im Sprachgebrauch eben von der Klaus-Bonnie oder von der Gerd-Trummer-Linie. Mit Linien ist das so ein bisschen tricky, das ist ein bisschen sehr willkürlich. Wir sprechen ja auch viel von Stöckellinien, obwohl Stöckell nachweislich selber nie Tiere in die Terroristik gebracht hat. Er ist halt nie in der Natur unterwegs gewesen, hat Tiere eingesammelt, aber er hat halt stark für die Verbreitung gesorgt. Er ist ja auch der Erste, der die Idee hatte, Zertifikate auszustellen und deswegen spricht man heute eben von den Stöckeltieren oder von der Stöckellinie. Deswegen die Sache mit den Linien ist immer ein bisschen sehr tricky. Bei Klaus-Bonnie kann ich euch zumindest so viel sagen, der war viel in der Natur unterwegs, also dass er jetzt diese Linie hier in dem Fall nicht selbst in die Terroristik gebracht hat, das ist eine Ausnahme. Trummer, er hat unglaublich viele Tiere in die Terroristik gebracht, selber importiert oder hatte Connections, um die Tiere über Dritte importieren zu lassen. Er hat jedenfalls sehr viele Tiere in die Terroristik gebracht, Trummer übrigens genauso. Es gibt aber noch viele andere Leute, die wir schon kennengelernt haben, ob es jetzt der Birgin ist oder der Hoffmann oder so. Führt jetzt viel zu weit, nur dass er wisst, dass es noch so etwas wie Linien gibt. Das heißt also auch bei den Ikitov gibt es jetzt mehrere Linien. Um eine Sache vielleicht schon mal vorwegzunehmen, weil man natürlich dann auch über lange oder kurz, wird es mal um das Thema Verpaarung gehen, wird man so ein bisschen darum gehen, welche Tiere kann ich zusammenlegen, ohne die Tiere zu verpanschen. Ein guter Boerzüchter, der wird immer zusehen, dass nur Tiere, die zu der gleichen Lokalität gehören, verpaart werden. Theoretisch können die Tiere zu unterschiedlichen Linien gehören. Es gibt auch Leute, die sind da sehr pingelig und züchten nur Tiere in einer Linie sauber weiter. Das hat viele Vorteile. Man könnte jetzt meinen, ja gut, dann gibt es ja irgendwann Inzucht. Die Realität sieht aber so aus, dass es mit diesen Linien eigentlich nie Probleme gibt gesundheitlich. Das sind die Fakten, was auch immer dahinter steckt. Reptilien sind ein wenig unempfindlich, was jetzt Inzucht betrifft im Vergleich zu Säugetieren. Das wird kurz gefasst sein. Das würde jetzt auch viel zu weit führen, das auszuführen. Aber eine saubere Zucht ist immer eine, bei der nur Tiere aus derselben Lokalität miteinander verpaart werden. Theoretisch auch unterschiedliche Linien. In der Regel werden viele Leute aber nur ganz spezielle Linien weiterzüchten. Das werden wir gleich bei den Brasilianern noch sehen. Dann zeige ich euch mal ein Tier aus der Besset-Linie. Man würde das dann so machen als guter Züchter, dass man doch nur die Tiere aus der Besset-Linie entsprechend verpaart und weiterzüchtet. Das schadet den Tieren wirklich überhaupt nicht. Es gibt noch andere Begriffe, die da kursieren. Zum Beispiel der Begriff der Reinrassigkeit. Den wird man immer wieder hören bei dem Thema Boas. Um es kurz zu machen, der Begriff ist biologisch völliger Quatsch. Eine Rasse ist eine von Menschenhand künstlich geschaffene Selektionszucht, wenn man so will. Es gibt bei den Boas keine Rassen. Das sind alles Tiere, die so in der Natur vorkommen. Bei allem anderen künstlichen Zuchtformen sprechen wir von Morphen, die hervorgehen dadurch, dass sich verschiedene Linien, Lokalitäten, Unterarten, Arten, wenn es denn möglich ist, gibt es ja auch Hybride, je nachdem wie weit man das fasst, miteinander verpaart und bestimmte Merkmale einer Mutation mehr oder weniger herauszüchtet. Um es mal wirklich auf einen Satz zu bringen. Ich weiß, das ist nicht ganz korrekt. Die Leute von euch, die sich mit Morphen auskennen, die werden auch sagen, okay, das und das und das kann man ja so nicht sagen. Ja, habt ihr durchaus recht. Das kann man in dem Fall auch nicht ganz genau sagen, aber um es wirklich ganz grob zu vereinfachen. Um es kurz zu machen, Morph ist Morph und Rasse ist Rasse und Reinrassigkeit gibt es nicht bei Boas, weil es bei Boas keine Rassen gibt. Dieser Begriff der Reinrassigkeit ist vor allem von einem Züchter sehr stark in die Terroristik getragen worden, auch wenn er biologisch völlig falsch ist, hält sich leider bis heute. Wie gesagt, biologisch völliger Quatsch ist ein geschickter Marketing-Gag, mehr nicht letzten Endes. Also Rassen gibt es nicht bei Boas und jeder, der sich mit dem Thema Manier beschäftigt, der wird das über lange oder kurz auch wissen. Obwohl man, ich bin mir dessen bewusst, dass man im Sprachgebrauch auch sehr gerne davon abschweift. Man spricht auch gerne von Unterarten, meint aber Lokalformen, man spricht von Lokalität, meint aber Variante. Von daher muss man ein bisschen aufpassen. Ihr habt es ja gesehen, das Thema ist relativ kompliziert. Da muss man halt einfach ein bisschen gucken. Also da vertut man sich selbst dann, wenn man viel mit dem Thema zu tun hat. Aber das sind so Hintergrundinformationen, die sollte man auf jeden Fall haben. Man sollte wissen, worüber man da redet. Eine andere Sache ist noch der Begriff, der im Moment in letzter Zeit viel kursiert. Boa, Imperator, um es kurz zu machen, ist auch völliger Quatsch. Das kursiert im Moment durch die sozialen Netzwerke, wo auch sonst. Der Hintergrund ist, dass wenn man jetzt bestimmte Import- bzw. Exportpapiere ausstellt, bei bestimmten Behörden in bestimmten Ländern, da ist es so, dass einigen Leuten aufgefallen ist, dass da jetzt steht Boa Imperator. Jetzt hat man daraus abgeleitet, dass Boa Imperator wohl eine neue, richtig bestimmte, oder die richtig bestimmte Unterart ist, oder was auch immer. Völliger Quatsch. Der Hintergrund ist, ich bin ja selbst auch in so einer Boa-Community, sage ich jetzt mal, unter wirklichen Fachfreaks. Ist eine tolle Sache, lerne ich auch noch eine ganze Menge. Es ist wirklich sehr interessant, sich da mal auszutauschen. Und wir haben in drei verschiedenen Ländern, in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland, unsere Naturschutzbehörden angeschrieben, haben um Stellungnahme gebeten. Die haben uns alle eindeutig bestätigt, es hat sich an der biologischen Taxonomie nichts geändert. Das ist völliger Quatsch. Das ist eine Vereinfachung im System der Behörden. Die haben einfach keinen Bock, Boa Constricta, Constricta oder Boa Constricta Imperator zu schreiben, sondern es ist einfach eine Abkürzung. Man schreibt jetzt Boa Imperator und jeder weiß, was gemeint ist, auch wenn es biologisch nicht ganz korrekt ist. So viel dazu, es hat sich also an der Unterartenzugehörigkeit, an der Taxonomie, auch wissenschaftlich nichts geändert. Das Problem ist einfach nur, dass sowas immer ungefiltert durch die sozialen Netzwerke geht und der erstbeste Quatsch geglaubt wird, der dann von irgendwen verbreitet wird, ohne dass man mal Rücksprache hält oder vielleicht mal ein Institut anschreibt, was sich damit beschäftigt oder vielleicht mal in die Fachliteratur schaut. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man sich auch Veröffentlichungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen angucken kann. Da steht das in der Regel drin. Zu dem Thema mit den Zugehörigkeiten, übrigens auch genauso bei der Boa Constricta Sahoge, was ich eben gesagt habe, da gibt es auch mittlerweile genetische Untersuchungen zu. Also das ist nicht so, dass jetzt jemand das Rad nochmal neu erfinden wird. Es wird so sein, dass einige Unterarten, wir haben es ja gesehen, ob es jetzt die Ortonis sind, ob es Longikauder sind, wenn man das mal genetisch genauer untersucht, könnte man feststellen, dass die vielleicht doch mehr zu den Imperatoren gehören, also zu der Unterart, Boa Constricta Imperator. Sowas kann es theoretisch geben, aber dass jetzt irgendjemand rausfindet, dass das jetzt eine eigene Art ist oder am besten noch eine eigene Gattung, und das wird nicht passieren, das ist Quatsch. Dafür sind die Tiere genetisch mittlerweile zu gut untersucht. Die Frage ist, wie man die Unterartzugehörigkeit rechtfertigt. Also man weiß es bei den Longikauders, im Wesentlichen hat man Schuppen gezählt, hat sich die Schwänze angeguckt. Die Schwänze von den Longikauders sollen länger sein, und das hat dann für manche Leute schon ausgereicht, um die Tiere als eigene Unterart anzuerkennen. Da stellt sich die Frage, gibt es andere Merkmale, wie misst man das Ganze, kann ich das genetisch auch verifizieren. Man macht das im Wesentlichen so, dass man sich mütterlich verabte DNA der Mitochondrien anguckt, und dann darüber versucht, sage ich jetzt mal, Verwandtschaftsverhältnisse festzustellen. Das hat immer nur eine gewisse Genauigkeit. Je mehr Geld man in der Hand nimmt, je größer man herpetologische Untersuchungen macht, und wirklich auch Feldstudien durchführt, desto genauer kann man sowas untersuchen. Das wird in der Regel nicht gemacht. Man fängt ein paar Exemplare in den Blutproben, und guckt dann im Endeffekt, wie die Verwandtschaftsverhältnisse sind. In der Regel auch bei viel zu wenigen Tieren. Da kann man einiges rauslesen, aber längst nicht alles, und das ist auch der Grund, warum diese Diskussion endgültig noch lange nicht abgeschlossen ist. Von daher, es ist doch ein bisschen komplizierter. Ich bleibe jetzt hier der Einfachheit halber nochmal bei dem Kollegen, bei meinem Peruaner Weibchen, weil es einfach ein schönes Beispiel ist. Um eine Sache nochmal klar zu machen. Wenn ihr jetzt eine reine Lokalform habt, von der ihr wisst, dass es eine reine Lokalform ist, dann könnt ihr daraus folgern, dass es ein bestimmtes erwartbares Aussehen hat. Aus einem Aussehen oder einem Foto ein erwartbares Aussehen kann ich nicht folgern, dass es sich dabei um eine Lokalform handelt, eine reine. Ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Nehmt es einfach mal mehr oder weniger so hin. Das ist genau der Grund, warum es so wichtig ist, dass man, wenn man sich mit Boa Constrictor, Constrictor beschäftigt, aber auch mit anderen Boa Constrictor X, X steht jetzt mal wieder für andere Unterarten, Occidentales zum Beispiel oder was auch immer, ihr müsst Linien haben, denen ihr vertraut. Wir werden gleich mal auf die Unterschiede zu sprechen kommen. Es gibt große Unterschiede zwischen Boa Constrictor, Constrictor, Boa Constrictor Imperator. Also das, was ich da für die Boa Constrictor sage, gilt auch für Boa Constrictor X im Wesentlichen. Wir werden sehen, da gibt es auch Ausnahmen von der Regel. Man kann aber grob sagen, dass die Zucht, das kann ich ja mal vorwegnehmen, und die Haltung, die Aufzucht etc. der Tiere deutlich schwieriger ist. Und das spiegelt sich natürlich auch im Preis wieder. Wenn ich eine Boa Constrictor, Constrictor, was Vernünftiges habe, was auch wahnsinnig gut aussieht, seltene Linie, was auch immer, Pokégon oder sowas, und ich kriege so ein Tier für 50 Euro angeboten, da muss der gesunde Menschenverstand schon einschalten. Und da muss mir klar sein, dass da was faul sein muss. Die Tiere sind schwer zu züchten, haben ihre Preise auch stabil über die letzten Jahre, sind einfach nur mal deutlich teurer als Imperatoren. Das ist letzten Endes so. Also man muss da wirklich drauf achten, dass man sich, wenn man sich für diese Tiere interessiert, dass man sich so eine Tiere immer bei Markenzüchtern holt. Markenzüchter bedeutet nicht, dass die Leute mit dem größten und bekanntesten Namen auch die besten Züchter sind. Das will ich auch nochmal ganz klipp und klar sagen. Das würde jetzt auch zu weit führen, sage ich jetzt mal, das näher auszuführen. Ich würde mich ein bisschen daran orientieren, wenn ich jetzt eine spezielle Linie haben möchte, wie zum Beispiel, wir bleiben bei dem Beispiel, eine Klaus-Bonnie-Linie, auch wenn der Klaus-Bonnie und Gerhard Trummer diese Tiere jetzt selber nicht in die Terroristik gebracht haben, das waren Menschen, die seit den 70er Jahren, 80er Jahre, 90er Jahre hindurch, die waren regelmäßig in den Ländern, die haben dort mit Feldforschung betrieben, die haben dort Tiere selber noch eingefangen, als das ging, haben diese Tiere dann exportiert in die Terroristik gebracht. Der Klaus-Bonnie hat quasi das Standardwerk zum Thema Boa Constrictor geschrieben. Man kann also davon ausgehen, dass der Mensch wirklich Plan hat von dem, was er macht. Und deswegen kann man der Linie auch ohne Vorbehalte vertrauen und sollte deswegen auch gucken, dass man sich eben Tiere aus dieser Linie besorgt, die natürlich auch mit diesem Namen verbunden ist. Fairerweise, es gibt auch jede Menge wirklich guter Züchter, die bei weitem nicht so einen großen Namen haben, die aber mindestens genauso gute Tiere haben. Wir haben es gesehen beim Bürgin, Klaus-Bonnie kennt man, Bürgin kennt man nicht, obwohl Bürgin auch einige Tiere weggefangen hat. Der ist ja auch Wildbiologe, ist ja glaube ich, Zoologe, ich weiß es nicht ganz genau, habe es schon vergessen, ich verwechsel den auch ständig mit dem Hoffmann. Von daher muss man auch gucken, welchen Linien man im Endeffekt vertraut. Und die Leute, die, sage ich jetzt mal, mit dem Bonnie zu tun hatten, auch freundschaftlich, auch Kontakt haben teilweise bis heute, das sind in der Regel auch Leute, denen man bei der Zucht dieser Tiere vertrauen kann. Man muss also auch da wieder gucken, vielleicht auch mal mit anderen erfahrenen Leuten sprechen, welche Züchter gibt es da, welchen kann man vertrauen, welchen kann man nicht vertrauen. Den größten Fehler, den man bei Boa Constricta machen kann, wenn man sich dafür interessiert, ist blind links das erstbeste Tier zu kaufen, was man sieht, bloß weil irgendjemand draufschreibt, das ist jetzt Boa Constricta, Constricta Surinam. Und was es im Endeffekt ist, das weiß man in der Regel dann erst, wenn es zu spät ist. Ja, von daher, da muss man wirklich aufpassen, weil die Tiere auch einfach für andere Preise angeboten werden, wird da auch viel Schindluder getrieben, das ist letzten Endes so. Also an der Stelle nur ein Wort der Warnung, da müsst ihr wirklich aufpassen. Aber es gibt diese guten Züchter auf jeden Fall, und das sind in der Regel nicht unbedingt die mit dem größten Namen, will ich nur mal sagen nebenbei. Da will ich euch einfach mal ein paar Beispiele nennen. Bleiben wir, es kursiert leider auch immer so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke. Facebook ist quasi die schlimmste Informationsquelle, die man sich nur vorstellen kann, weil da einfach zu viel Unsinn grasiert. Das heißt, dass man jetzt beispielsweise bei einem Imperator immer das Kreuz sehen muss. Völliger Quatsch, es gibt eine Menge Imperatoren, die kein Kreuz haben, oder die sogar nur ein halbes Kreuz haben. Natürlich hat die Boa Constricta Imperator ihren Namen im Wesentlichen von diesem Imperator, beziehungsweise Kaiserkreuz. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass sämtliche Tiere, die Imperatoren sind, reine Imperatoren, von denen ich das weiß aus guter Linie, dass die alle ein Kreuz haben müssen. Es gibt einige Beispiele dafür, bei denen das nicht der Fall ist. Ich habe zum Beispiel eine Corn Island, gute Linie, hat definitiv kein Imperatorkreuz. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Dasselbe gilt auch in die umgekehrte Richtung. Die Constriktoren, wie man das hier jetzt sehen kann, die haben hier in dem Fall so einen Kopfstrich, das ist auch häufig der Fall. Es gibt aber auch Constriktoren, die ein Kreuz haben. Das sind ausgesprochene Seltenheiten. Denn daraus zu folgern, dass es sich dabei um eine verpanschte Linie handelt, ist völliger Quatsch. Wenn man übrigens Fachliteratur lesen würde, das steht bei Klaus Bonny auch so drin, er schreibt das so, dass die Imperatoren meistens ein Kreuz haben und dass die Constriktoren in der Regel keins haben. Was bedeutet, in Ausnahmerefällen haben sie die. Ich kenne da selbst Fälle von Wildfangimporten Surinams, die ein Imperatorkreuz haben. Solche Sachen sind eigentlich sogar was richtig Besonderes. Also von daher immer ein bisschen aufpassen von Leuten, selbsternannten Priestern, die jetzt aus dem Aussehen folgern wollen, was eine echte und keine echte ist. Das ist ziemlicher Quatsch. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass gerade bei den Surinams es gibt nur einen Bruchteil, sage ich jetzt mal, bekannter Linien in der Terroristik. Es gibt auch bis heute immer noch, in ganz seltenen Fällen, Wildfangimporte, die in ganz anderen Gebieten gefangen worden sind, die wieder ganz andere äußerliche Charakteristiken haben. Bei Surinams ist bekannt, denkt man so, dass die in der Regel sehr groß werden. Ist für einige Linien richtig. Es gibt aber auch Linien, die sehr klein bleiben. Es gibt Linien wie die Pokégrons zum Beispiel, bei denen bekannt ist, dass sie kaum größer als 1,70 Meter werden. Es gibt welche, die sehr dunkel sind. Es gibt welche, also alles, was man sich da nur vorstellen kann, die Variationen sind gewaltig. Also von daher, jetzt daraus zu folgern, wenn ich jetzt eine Surinam, einen Boa Constrictor Constrictor Surinam habe und das Tier hat jetzt nur 1,50 Meter ausgewachsen nach 10 Jahren, daraus zu folgern, dass es sich ja nicht um eine echte handeln kann, weil die werden ja alle über 3 Meter schwach sind. Von daher aufpassen, immer bedenken, das, was wir in der Terroristik sehen, das ist ein Ausschnitt. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Wenn ich sicher sein will, was ich da habe, dann muss ich wissen, aus welcher Quelle habe ich die Tiere. Ich muss wissen, ist es ein Wildfang-Import oder ist es eine F2, F3, F4-Nachzucht, wo kommen die Tiere her. Das ist viel aussagekräftiger als das Aussehen an sich. Und das gilt insbesondere für die Geschichte mit dem Imperatorkreuz. Nächstes Beispiel, die typischen Widowbeaks. Das heißt also hier, man sieht es bei der hier auch so schön, die Witwenspitzen, diese Fledermausflecken, wie man auch so schön sagt. Das Tier hat jetzt sehr wenige, ich habe auch Tiere aus derselben Linie gesehen, Geschwistertiere, die haben quasi keine, die haben also richtig runde Sattelflecken. Also dass ein Boa-Konstrikter-Konstrikter immer Widowbeaks haben muss oder Witwenspitzen, ist genauso völlig falsch. Also von daher, von dem Aussehen darf man sich da wirklich nicht ablenken lassen. Dasselbe gilt auch hier für die richtig schönen kirschroten Schwänzchen. Wenn man sich das jetzt hier mal so anguckt, es gibt Tiere, die haben diese roten Schwänze, es gibt welche, die haben eher orangenen Schwänze. Wenn so ein Tier nur einen orangenen Schwanz hat, wenig farbenprächtig daraus zu folgern, dass es sich nicht um ein echtes handeln kann, ist genauso falsch, wie zu sagen, guck mal, das Schwänzchen ist kirschrot, das muss ja eine echte sein. Also von daher aufpassen. Da verhaspelt man sich schnell und kommt am Ende zu völligen Fehlurteilen.